Dies ist ein kurzer Film über eine unserer Montageanlagen, ein wirkliches Multitalent. Der Kunde benötigte eine Maschine, mit der er verschiedene Komponenten montieren kann. Außerdem sollte eine Laserbeschriftung angebracht und die Teile beim Zusammenbau kontrolliert werden, damit sie nur fehlerfrei in die Weiterverarbeitung gelangen. Eine Handpresse ist mit mehreren Sensoren ausgestattet und prüft die korrekte und fehlerfreie Montage. Selbstverständlich werden alle Montageschritte und das Ergebnis am Bildschirm visualisiert. Die Schraubvorgänge werden positionsüberwacht, sodass hier keine Fehler mehr auftreten können. Ziel, 0 ppm Eine Vielzahl optischer und sensorischer Tests stellt nun sicher, dass die Bestückung fehlerfrei erfolgt ist und das Bauteil korrekt montiert ist. Hier greift Brainware Solutions auf jahrzehntelange Erfahrung zurück. Zuletzt wird mittels Laser eine eindeutige Beschriftung vorgenommen. Dank der kompletten Umhausung wird eine niedrige Laserschutzklasse erreicht. Alles ist fertig. Das Bauteil wurde auf fehlerfreie Montage geprüft und kann nun mit gutem Gewissen weiterverarbeitet werden. Das System ist mit austauschbaren Halterungen mit automatischer Kontaktierung ausgestattet, was eine schnelle Reaktion auf sich ändernde Produktionsanforderungen ermöglicht. Sie sehen, Brainware Solutions hat die Kompetenz, alle Kundenanforderungen an erstklassige Systeme zur Montage und Qualitätsprüfung zu erfüllen. Profitieren auch Sie von 0 ppm in Ihrer Produktion. Wenden Sie sich einfach an das Team von Brainware Solutions.